Herzlich Willkommen zurück zu Death Wish. Wir haben die Rakete genommen und sind plötzlich im All. Die Frage ist, wo sind wir hingeraten? Wir scheinen irgendwo angedockt zu haben. Wir öffnen die Türe und gehen langsam den Gang entlang. Totenstille. Welcome to the Monstromo. Please proceed to operations. Eins, zwei. Drei. Die Monstromo. Natürlich eine Anspielung auf die Nostromo aus Ridley Scott's Alien 1979. So, wir nehmen das Dynamite auf. Lesen den Tum. Malachi died climbing into the vents by the crew quarters. Also der gute Mann ist gestorben, nachdem er in die Lüftungsschächte nahe der Quartiere gestiegen ist. Vielleicht eine ernstzunehmende Warnung. Ansonsten, wir nehmen den Aufzug. Eine Spinne, okay, kein Problem. Aufzug nach oben. Das Schiff ist mir irgendwie unheimlich, Leute. So, wir schauen mal ins leere Weltall. Nichts. Okay, hier benötigen wir wohl die Lüftel. Die Tür bleibt uns deshalb noch verschlossen. Öffnen wir Tor Nummer 2. Und dort unten wartet wieder ein Biest aus der Tiefe. Wir werden es von hier oben erledigen. Das scheint mir am sichersten. Jawohl. Erledigt. Und dann nochmal den Aufzug nach unten. Wir können den Tor Nummer 2. So. Nichts scheint mir sicher. Wir haben den Skull Key. Und der Schalter hat keinen Saft. Also hier scheint nichts zu passieren. Noch eine Spinne. Okay. Oh, noch eine. Junge, komm her. Erledigt. Okay. Vielleicht ist es genau der Schalter, den wir dort oben benötigen. Lasst uns das mal ausprobieren, Leute. Jawohl. Die Tür geht auf. Und ich dachte, wir hätten den blöden Sensenmann endlich los. Aber da ist er wieder. Nun gut. Was muss? Das muss, ne? So. Wir sind vor drei verschlossenen Türen, wie es ausschaut. Was wollen wir als nächstes tun? Wir checken mal das Cargo Bay. Oh mein Gott. Händchen! Das können wir gar nicht gebrauchen. Dort hinten, ferne Sterne. Vielleicht erreichen wir sie eines Tages. Die Geräusche hören sich nicht gut an. Aber ich öffne die Türen mal. Okay, ein weiteres Monster aus der Tiefe. Wir wollen da rein. Beziehungsweise müssen dort rein. Und nicht vom Gargoyle erwischen lassen. Gut. Jetzt, wo wir gerade ein bisschen Energie haben. Ich glaube, wir wollen den Kiecher mal weg. Und es offenbart sich ein geheimer Lüftungsschacht. Kletter mir mal rein in die Düsterheit. Ich kann nichts erkennen. Hier geht's nach unten. Vorsicht! Wir lassen Vorsicht walten. Jeder Schritt könnte der letzte sein. Okay, ich glaube, aus dem Raum kommen wir gerade. Also schauen wir mal hier raus. Die Tür. Ich brauche einen Kiech. Auf der anderen Seite warten die Mönche schon wieder. Der Trottel checkt nicht, dass das kugelsicher ist. Okay, hier wieder zurück im Hauptraum. Das heißt, vielleicht nehmen wir den Lüftungsschacht zurück. Zurück in die Dunkelheit. Ich sehe nichts. Ihr seht nichts. Man könnte fast meinen, es war verabsichtigt so. Okay. Also, scheint es hier noch nichts Großartiges zu geben. Dann hier runter. Mal gucken, was uns erwartet. Okay. Bis auf die unheimlichen Geräusche. Alles ruhig. I can hear things running around in the vents. Also, jemand kann Dinge hören. Die in den Lüftungsschächten herumlaufen. Dort hinten. Sehe ich einen Schlüssel. Und ich höre Ketten rasseln. Vielleicht nicht das beste Zeichen. Ansonsten, da oben ist noch ein Lüftungsschacht. Wollen wir mal hineinsteigen. Okay. Wir sind drin. Wir sind drin, Leute. Ob das alles so gut ist? Okay. Ich sehe nichts. Das könnte also ziemlich gefährlich werden. Händchen. Ah, schnell weg. Ich glaube, ich habe es erledigt. Wenn nicht, habe ich jetzt ein Wiesem Problem. Ich weiß nicht, wo ich zuerst hin soll. Wir schauen mal in die Richtung. Langer Korridor. Okay, flackern das Licht. Und hier kommen wir nicht hoch. Scheint eine Sackkasse zu sein. Also zurück, meine Freunde. Zurück. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Ich habe tausende von Gegenden gemeuchelt. Aber hier, in den Schächten, da wird es mir mulmig. Deswegen, ein virtuelles Safe. Okay, lasst uns raus hier. Und wen noch erinnert das an Alien? Okay. Okay, Leute. Ich wage es. Ich nehme einen Schuss Lauf. Oh nein. Die Monster sind zurück. Am besten so viel mit Dynamit erledigen, wie möglich. Und gucken, dass wir keine Streune haben. Okay. Das sieht schon mal sauber aus. Aber aufpassen. Da hinten, in dem Lüftungsschacht, sehe ich mehr Gegner blitzen. Vielleicht ist es am klügsten, nochmal Dynamit zu werfen. Gar nicht mal so schlecht die Idee. Ich habe Händchen gehört. Die Frage ist, kommen sie auf mich zu? Oder haben wir sie schon hochgejagt? Ich weiß es nicht. Ich packe meine dicke Bärte aus. Und gehe nach sie. Oh nein. Wir sind noch nicht fertig, es scheint. Mehr kleinen Vieh. Das hat der gute Mann also in den Lüftungsschächten gehört. Ich weiß nicht, ob wir uns schon in Sicherheit liegen sollen. Nein. Geh runter von mir. Ich konnte ihn abschütteln, aber nicht mehr lange. Das war mein erster Tod. Dann probieren wir das nochmal. Jetzt weiß ich, was auf mich zukommt. Langsam annähern. Hier bei dem Flackern nach. Und noch einmal Dynamit werfen. Das hat gesessen. Auch das. Aber wir wissen, dass wir noch nicht fertig sind. Deswegen hier nochmal ums Eck. Eine Stange. Das sieht schon besser aus. Aber noch mehr Spinnen. So, Freund. Auch du bist Geschichte. Zurück in den Lüftungsschacht. Und da sehe ich noch mehr von diesen mistigen Spinnen. Es nimmt einfach kein Ende. Ah. Nein. Es ist einfach zu dunkel hier. Schwierig, meine Gegner zu erkennen. So, ich hoffe, dass das meiste jetzt erledigt ist. Und wir zurück können. Raus aus den Schächten. Wir verweilen schon viel zu lange hier. Das war der falsche Weg. Die Orientierung fällt mir schwer. Ich glaube, wir möchten hier zurück. Und so schnell wie möglich. Raus aus den Lüftungsschächten. Ist hier vielleicht ein Geheimnis? Nein. Also nach draußen. Ich halte es hier nicht mehr aus. Gut. Dann zurück. Wir müssen den Schalter aktivieren. Zum Glück ist alles noch ruhig. Hier ist ein Lüftungsschacht. Den ich noch nicht inspiziert habe. Also rein ins Glück. So. Ich sehe vor mir. Dynamit. Das ist gut. Das ist gut. Und ein Schacht, der wieder zurück in die Haupthalle führt. Okay. Ich werde nochmal nach dort oben gehen. Ich nehme die Kisten. Das geht schneller als der Aufzug. Nun denn. Nun denn. Wir haben einen weiteren Schlüssel. Die Frage ist, wo will ich ihn einsetzen? Eventuell bei den Crew Quarters? Das sieht gut aus. Mehr Gargoyles. Gegen die müssen wir nun leider ran. Okay. Wir müssen gut zielen. Denn unsere Munition ist begrenzt. Der Erste ist tot und hat uns sogar ein Herz hinterlassen. Leben selixiert. Auch sein Freund muss bluten. Ich glaube, wir nehmen die Schlitze in den Hauptraum. Wir können in den Pod. Oder in den Core. Aber ich glaube, im Moment können wir nur in die Crew Quarters, da wir sonst keinen anderen Schlüssel haben. Also rein hier. Und Vorsicht walten lassen. Das sieht ungemütlich aus. Keiner sollte sich von der Ruhe täuschen lassen. Ein Turm. I heard the ship could self-destruct in an emergency. Also es gibt wohl einen Selbstzerstörungsknopf in Notfällen. Vielleicht wollen wir einfach dieses verdammte kranke Schiff, der Kabal, in die Luft sprengen. Ich nehme diesen Key und hoffe, dass ich damit weiterkomme. Aber aufgepasst. Die Gegner lassen nicht lange auf sich warten. Sie verstecken sich in den Pods. Jetzt wird eine Schlacht auf Leben und Tod. Aber das lief nochmal gut. Nur kaum Ammo noch. Vielleicht schauen wir mal an dieses Förderband. Das könnte uns eventuell helfen. Hier gibt es die Unsichtbarkeit. Im Moment zwar nicht zu gebrauchen. Aber ich mag Secrets. Dann weiter auf die andere Seite. Ich hoffe auf Energie. Auf mehr Munition. Auf irgendetwas Positives. Lasst uns abtauchen und wir bekommen einen Medicine Pouch. Sehr gut. Voll Energie für uns. Doch trotzdem hatten wir noch das Problem, dass wir nicht genug Munition haben. Ich gehe nochmal hier raus. Wenn ich denn den Ausgang finde. Genau. Können wir durch diese Türe? Nein, sie ist verschlossen. Das heißt wohl, wir müssen nochmal zurück. Okay. Wir müssen gucken, dass uns die Türen nicht zerquetschen. Auch hier auf diesem Schiff. Sollen wir zurück zu Ops oder können wir schon in den Pod? Und was verbirgt sich hier? Lass uns schauen, ob wir da reinkommen. Wir müssen nur aufpassen, wegen dieser verdammten Physik-Engine. Sehr schön. Ein Mad-Kit und etliche Bullets. Nur leider nicht genug. So. Für eine Sekunde fühle ich mich sicher. Wir könnten zurück in die Crew, aber wir gehen in Ops. Türe öffnet sich. Und wir sollten nun wieder im Mittelraum sein. Ich höre Stimmen. Ich möchte in die Armory, denn wir brauchen Bewaffnung. Frage ist, können wir dort rein? Sehr gut. Das ist sehr gut, meine Freunde. Jetzt fühle ich mich stärker. Wesentlich stärker. Stärker. Gut. Eine Sekunde war er nicht aufmerksam. Das haben wir genutzt, zu unserem Vorteil. Ein Pod. Die Frage ist, können wir ihn verwenden? Oder können wir hier rein? Hier können wir wieder in den Mittelraum. Alles klar. Ein Kabinett. Es verbirgt sich ein Geheimnis dahinter mit einer Voodoo-Doll. Wir treten die Fahrt an mit dem Escape-Pod. Und schauen, was uns auf der anderen Seite erwartet. Von Dunkelheit und Kälte umgeben? Unser Schicksal und unsere Zukunft ungewiss. Werden wir die Schreckensherrschaft der Karval und Tschernobog zerstören? Werden wir jemals lebend wieder auf dem Planeten Erde zurückkehren? All das sind Fragen, während Gestirn an uns vorbeiziehen. Und wir wahrscheinlich gleich wieder an einem anderen Pervasenteil der Monstromo andocken werden. Gut. Aber genießen wir für einen Moment die Ruhe. Die Fahrt, sie scheint endlos. Aber hier ist ein Ende in Sicht. Ich sehe einen Andockpunkt. Wir werden unsere Fahrt gleich beendet haben. Ich warte darauf, dass sich die Türen öffnen. Und dann geht's weiter. Sehr schön. Ein Toter. Komische Geräusche. Und der Escape-Port ist in die Luft gegangen. Ich nehme den Schlüssel, öffne die Tür, zerstöre das Händchen. Wir sind wieder hier. Die ganze lange Reise für einen Schlüssel. Aber vielleicht war es das wert. Er hat mich erwischt. Ich war für eine Sekunde unaufmerksam. Was passiert? Nun gut. Ich möchte nochmal zurück in den Pot-Raum. Zur Armory. Und mir mehr Verpflegung holen. Das habe ich mir verdient. Ein ganzer Kimbo. Ich öffne die Türen. Und dann gehen wir nochmal zurück in den Hauptraum. Vielleicht haben wir etwas übersehen. Auf die Türen. Oh nein. Tatsächlich haben mich diese Schweine überrumpelt für einen Moment. Aber ich war schneller. Die Frage ist nur, wie viel lauern hier noch auf mich? Das war bestimmt nicht der letzte. Natürlich nicht. Aber mit Schnelligkeit kann ich sie problemlos schlagen. Ein eiskaltes Händchen. Aufgepasst. Okay. Und noch ein Monster. Höre ich noch etwas? Oder ist die Luft rein? Verstecke mich für einen kurzen Moment hier. Und dann zurück zur Armory. Dann werde ich mir die Restmunition holen. Die ich gerade so wunderschön verballert habe. Okay. Ansonsten hier noch ein ganzer Kimbo. Wir benötigen es eigentlich nicht. Aber ich nehme es trotzdem mal mit. Zurück in den Zentralraum. Wo wir nur noch eine Tür übrig haben. Nämlich diese. Den Kern des Schiffes. Ich habe einen festen Entschluss. Dieses verdammte Schiff in die Luft zu jagen. Denn hier zu verweilen scheint mir kein guter Plan zu sein. Okay. Es ist düster und unheimlich hier. Ich steige mal in den Seitengang hier und schaue, was mich erwartet. Ich überrasche den Mann mit der Tesla. Sehr schön. Dann weiter nach hier. Wo es verdammt dunkel wird. Und hier. Der Selbstzerstörungsmechanismus. Ich verwende meine Schlüssel. Der Alarm geht los. Ich muss diese beiden Schalter nach unten drücken, um die Selbstzerstörung in Gang zu bringen. Endgültig. Wir warten kurz, denn es wird einen Schlüssel geben. Und dann beginnt die wilde Jagd. Wir müssen schnell sein, sonst werden wir vernichtet. Okay. Die einzige Tür, die noch üblich bleibt. Wo ist sie? Wir möchten in den Podraum. Raus zur Armory, bevor wir in die Luft fliegen. Hier raus. Wir müssen schneller sein. Schneller. Viel schneller. Dann hier und zurück in den Hauptraum. Nicht aufhalten mit den Mönchen. Tür Nummer 3 öffnen. Hinein in die Luke. Und den Skateboard nehmen. Das war meine Flucht von der Monstromo. deste Jahr. Bis zum nächsten Mal. Das war mein tapahtunen. Vielen Dank.